Moin Leute, willkommen bei einem neuen Video, heute Roblox, Murder Mystery, und ich bin Sheriff, cool, und die Mappe sieht hier auch cool aus, Panzer, ich war im Panzerfahrt, okay, was war das, ich hab die Waffe, ich weiß nicht, wo der Mörder ist, wo ist er? Die sieht nicht so tätermäßig aus, einer von den zwei ist es, ich hab's gesehen, Mann, ich dachte der andere, aber der war's, der ein Niemand, schade, auch meine erste Runde, könnte man schon denken, dass ich nicht der beste Spieler bin, ja, keine Ahnung, ist die Runde weghackt, hoffe ich wird die nächste Runde besser, die fecht, gern mal Mörder werden, Dings in Apotomy, Apotomy, kann man wissen, was das ist, was ist Apotomy, eher egal, Sache, ich weiß, was das bedeutet, aber ich sag's nicht, unsere Gewinnminister, ich war der Beste, der Beste, der Beste, der Sheriff Kappa, wie kann das gewirrte OP sein, wahrscheinlich, nicht, Bank, dass meine Alarmanlage, wenn man mit der Waffe auf das Ohr kommt, dass die Alarmanlage angeht, das ist eine gute Sache, das ist eine gute Sache, das ist eine gute Sache, und Innocent, dann ist meine die Bank in uns, und das ist eine gute Sache, Oh, kann man das umstellen, Mann, So, es gibt es ja keine Einstellungen, Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Spiel hat... Kann bitte jemand... Oh, das ist also ein Messer. Oh, das ist auch geil. Aber man muss es irgendwie einstellen, dass man das... Man muss es irgendwie einstellen, dass man die... Musik ausstellen kann. Jedes Spiel muss sowas haben, aber das Spiel hat's nicht. Finde ich nicht cool gemacht, dass es so ein Spiel nicht hat. Ich mag solche Spiele, die keine Einstellung hat. Besser. Oh. Man muss... Man ist getrunken, wenn jemand Musik anhat. Auch das zu hören. Man... Quäftigen... Du bist nicht allein. Du sollst wissen, ich bin da, wenn du weinst. Scheiße. Was soll ich gegen nervige Musik machen? Gibt's irgendeine Art, um die Musik... Auszuschalten. Man muss es machen. Man muss es machen. Sonst gibt's... Und ein Problem mit dem Entwickler. Der muss angeschrieben werden. Und dann... Wie lange einfach... Ich will dem... Ich will dem... Ich will dem... Danke, dass die Musik endlich Ende ist. Zum Gottes Willen. Das Spiel ist mega verpackt. Hä? Das Spiel ist mega verpackt. Komm mal rein. Die ist verpackt. Wie heißt der... Ach, das... Den... Den... Den mag ich nicht... Ansehen. Ich will den irgendwie blocken. Ich werde... Er muss ein typischer... Ach, wo am Ende ist denn... Der ist... Wo ist mehr da? Ich will euch mal... Das Innengruppe bewegen. Okay. Was war der? Okay. ich werde immer am anfang gekillt war mega traurig wirklich hat er die musik ausgeschaltet und die lide kostet 5000 euro natürlich wie viel kostet die lide das ist überteuert nicht nur überteuert sondern mega überteuert nichts bei mir läuft es das ist das einzige was ich mit robert gekauft habe party 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 und ich habe sogar eine roblox gruppe namens dr benz tv wie mein youtube name und dann hinterher noch army dazu so heiße ich und das gleiche profilbild wie es in club 11 mitzieht und alle die an mein roblox spiel mitspielen wollen dann kriegen den admin range und das kann man keine kickhände für die die nicht mitspielen mitarbeiten können so welche skins finde ich gruselig ich mag nichts jetzt werde ich werde die letzte runde von video die werfe ich noch nicht drauf wenn er mich wieder nervt mit der musik dann verschwinde ich ich werde den blockieren danach was geht bei dir ab party 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 lass mich in ruhe du creepy gruselige person mit der musik man könnte sich weil bei jemanden werde ich echt abgemacht jemanden traut sich die runde schießen ich werde die runde schießen Wir kommen in der DHL-Lagerhalle. Lass mich. Irgendwie... Ich bin jeden Tag beim Plastischen Chirurg. Das ist mega leid. Cool. Eigentlich hilft die Musik mir. Bumm. Ich dachte, wie ist der schneller? Der war schneller. Egal. Leute. Tschüss, Leute. Tschüss.